Wir sind da mal noch im Plan Hinkstellen Jep Die Dings Rennrocks Anhänger verdienen alle dasselbe Schicksal Na ja Gut gemacht Hier ist noch ein Video Wir müssen aber gerade nicht betreten Hier gehts jetzt weiter Erst mal ein wenig Trankzutaten gehen Dann wird das sofort aktualisiert Und und noch einmal gleich ein paar Nebenchус Ach nö! Bitte nein! Keine Spinnen bitte! Keine Spinnen! Keine Spinnen! Keine Spinnen! Warum muss das Spiel so viele Spinnen haben? Keine Spinnen! Keine Spinnen! Hehehe! Sie riechen vor der eigenen Schnauze! Aus dem Boden krabbelt! Ja, da kommen die riesigen Spinnen. Große Güter. Oh, Kekko. Das ist so knapp. Das ist ja auch noch schön. Das war's noch nicht. Die Welt hat eine Spinne verloren. Tut das gut. Diese Spinne wollte uns unbedingt verspeisen. Wir wären sicher schmackhafter als Kobold essen. Leute mit Arachnophobie sollten das Spiel hier wirklich. Für die ist das hier wirklich ein Horror-Spiel. Ich würde das vielleicht noch mal überlegen. Die Entwickler stehen halt irgendwie zu sehr auf die Spinne als Gegner. Ich will einfach nur noch weiter. Ich will einfach nur noch weiter. Eine Treppe hierher? Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube hier war schon ewig niemand mehr. Los raus. Ägypten. Ähm. Da haben wir gerade ein bisschen gepackt. Incendium! Oh je. Endgeblieben. Noch eine Barriere. Ja. Du kannst es durchbrechen. Ja. Ich zerstöre es bevor es schlüpft. Sieh dir das an. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben wenn du mich fragst. Ach nö. Ich kann von mir aus mal aufhören. Ich spinne. Ich habe hier auch immer von unten auftauchen müssen. Bis die Boden raus gekommen ist. Ich würde so wie möglich nicht direkt vor der Kamera gehen. Die Linse würde ich sagen. Oh nein Hammer Spinner Uah! Als ob er das überlebt hat. Das war noch nicht schlimm genug. Ist das Glück oder Instinkt? Mhm, riesig kategorierter Tisch. Und dafür tut es sich mal nichts an rechts zu gucken. Reveglio! Bombardier! Ja, zopp. Instinkt! So wird es doch nichts. Ich vermute, wir brauchen alle drei Runensymbole, um die Tür zu öffnen. Und das dachte ich mir auch gerade. Ich glaube, wir brauchen alle drei Runen. Ich glaube, wir brauchen alle drei Runen. Das ist viel zu schwach. Ich glaube, wir brauchen alle drei Runen. Ich glaube, wir brauchen alle drei Runen. Ich glaube, wir brauchen alle drei Runen. 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 suchen warum konnte sie ihre einträge nicht an einem ort verstauen aufbewahren es dient als opfer früher oder später an irgendein riesiges nest aus dunkler magie geraten jetzt mach nicht so ein wirbel das ist nur ein troll gut Oh, die hat gar nicht. Kannst du nicht kämpfen. Erstmal die Spindler, da machen. Wir können uns auf den Trill konzentrieren. Das sind aber viele hier. Zu viel, ich gehe noch auf einmal. Na komm. Eine weniger. Es können noch gar nicht mehr viele sein. Dann komm her, Trill. Dann komm her, Trill. Kannst du. Kannst du, Trill. Und zurück. Oh. 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 Das tun die da mal gleich. So, das war's. Nichts bringt Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Heftige Limpfe hier. Oha. Oha. Das war nicht Reparo. Das war ja. Das war ja harte Arbeit. Das kannst du laut sagen. Der Relio. Hier ist nichts. Okay, das können wir nicht kaputten. Dann mal hier hoch. Wir erreichen den Vorsprung nicht. Egal wie hoch wir springen. Es war eine solche Freude. Mein Vater nach all diesen Jahren zu helfen. Seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich sie vermisst hatte. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Ich hätte damit rechnen müssen. Wie können sie tatenlos dastehen und nichts tun, wenn doch so viel Gutes in ihrer Macht liegt. Wie kann Professor Rackham sich anmaßen, mir vorzustellen, was ich zu tun... Psst, ich lese sie gerade. ...zu tun und zu lassen habe. Sie alle sind so unverfroren, über meinen Wert zu urteilen, ohne wirklich begriffen zu haben, was ich da geschaffen habe. Ich habe jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Die Zeit reif ist, damit ich zu ihr gehe. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Bis ich jedoch sicher bin, muss ich meine Arbeit allein fortführen. Nächstens für den Moment. Aber ich werde jemanden finden, der mir hilft. Ich werde jemanden finden, der die Gabe, die mir gewährt wurde, ebenso versteht, meine Pflicht, sie anzuwenden. Lass diese Kiste an den richtigen Ort schlagen. Hältst du meine Kuscheln hier. Meine Oma mal sachte. Für den Augenblick will ich sicher verwahren, was ich gelernt habe. Eines Tages werde ich es mit anderen, die es uns teilen können. Woher das gerade kam. Hast du was gefunden? Einen Tagebucheintrag. Isidora. Ich habe mal eine Zitat. Es kam mir einfach so. Wir können da nicht so rum, wo wir da ruhen. Sag mal, es ist ... Wo war er bisher? In diesem Abend. Oh ja. Ich meine, so geht es auch, oder auch nicht. So, wir müssen hier mal wieder umzetteln. Und hoch hier. Und hoch hier. So, wir müssen jetzt hier hin. Was für Stufen. Noch eine Barriere. Können sie bestimmt durchbrechen. In der Barriere. Das kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. 6 von 7. Ich fühle, wie meine Fähigkeiten von Tag zu Tag wachsen. Nie habe ich ein stärkeres Gefühl von Sinnhaftigkeit verspürt. Ich weiß, dass ich dazu bestimmt bin, das zu tun, was ich gerade tue. Die Zahl der Seelen, deren Leid ich lindern konnte, nimmt täglich zu. So viel Schmerz. Ich habe auch erkannt, dass diese Magie selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das Richtige tue. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Hauch von diesem Lebe einatme, spüre ich, wie ich mächtiger werde. Es ist, als würde ich für meinen Mut belohnt und dafür, dass ich diese Magie für den Zweck verwende, für den sie bestimmt ist. Ich fürchte jedoch, dass ich einen Weg finden muss zu Nageln, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und will nichts dem Zufall überlasten. Ich habe eine Idee. Sie ist nicht ohne Risiko, aber ich glaube, dieses Risiko ist es wert. Oh verdammt. Gute Nachricht. Dieser Tagebucheintrag klingt beunruhigend. Ich sage euch, am Ende werden wir auf ein riesiges, riesigen Knoten fünsterer Magie treffen und es ist dann so ein Schattenmonster, was wir da... Melenio! Irgend so was Gezüchtetes, was so... echt... Wild ist übel. Und was jetzt Gefäß benutzt, um die Energienurts zu halten. Ich hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Wie geht's weiter? Fragezeichen. Dieser Ort kann nicht nur Isadora gehört haben. Aha. Wo ist das dritte? Ruhne. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Ja, oder nicht? Auf mir die Runetür. Wo ist die dritte Ruhne? Wo ist das dritte? Ich würde es nicht mehr zu tun. Hm. Da haben wir eine. Doppel 2 zum... Reveillon. Aha. Aha. Es muss eine sein. Aha. Die andere. Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Wie konnte ich mich nur so täuschen? Ich habe es befürchtet. Die Schulleiterin weigert sich mir zu helfen. Ich habe versucht es ihr zu erklären. Aber sie ist ebenso wie die anderen blind für die Möglichkeiten, die sich in dem verbergen, was ich tue. Ich habe nun erkannt, dass ich mich nur auf mich selbst verlassen kann. Aber heute bin ich eine mächtigere Hexe als je zuvor. Und das habe ich der Arbeit, die ich getan habe, zu verlangen. Ich werde nicht zulassen, dass das Potenzial meiner Magie und Kunst bleibt. Wie die Güter es verlangen. Ich gebe zu, dass ich manchmal verzweifle, ob ich je in meinem Leben jemanden finden werde, mit dem ich dieses große Werk teilen kann. Weiß nicht, werde ich Trost in der Tatsache suchen, sich ihnen einen Pfad geben und geäbelt habe, den sie nach mir folgen können. Ein Pfad, von dem sie lernen können. Welch klingt es, ihnen zu verbringen, was ich nicht kann. Die ganze Welt heilen. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Güter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Kannst du nur ihre Erinnerungen sehen? Es hat sich jetzt gar nichts gebracht. Wir haben jetzt, wir haben aus den Briefen, die wir gelesen haben, jetzt exakt das erfahren, was wir schon wussten. Ein weiterer Durchgang alter Magie zur Krypta. Hier muss sich das letzte Tryptychon-Teil befinden. Rebellion. Dann ist das Tagebuch gelesen, haben wir da eigentlich nichts Neues gelernt. Das letzte Stück für das Tryptychon. Wir haben es geschafft. Hoffentlich wirklich das letzte. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie uneinig waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Warum ist die Musik so gefährlich? Wenn wir das Tryptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Und wie noch mehr? Was wir noch mitnehmen können. Mir liegt noch was. Irgendwie nicht Geld. Na dann weg von diesem gruseligen Ort. Das wird noch kurz in die Krypte. Dass uns das Tryptychon auf diese Reise geschickt hat. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier haben. Was ist das? Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Oha. Und? Ein Denkarium. Auch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Mit der finalen Erinnerung. Ich frage mich. Was ist denn? Finden wir es raus. Da können wir jetzt vielleicht antworten. Hoffentlich. Mein Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier. Setzen Sie sich. Isidora. Wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater. Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Das kennen wir doch schon. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Mhm. Doch. Richtig angewandt. Kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Okay, jetzt wissen wir also, dass sie die Macht... Sie hat den Schmerz genommen. ... den Schmerz in diesem großen Verhältnis getan hat. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Das haben wir doch schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja, ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Damit derjenige, die die Wände zu stört hat, waren heute nicht. Weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat? Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie nicht tun. Die Hüter glauben das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Das ist eine komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Erst zu wissen, was das bewirkt. Und das weiß ich immer noch nicht. Bitte. Trotz all der Hinweise. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Wir wissen immer noch nichts darüber. Was das bewirkt. Was passiert nach Demodem. Warum wollten die Hüter Isidora zum Schweigen bringen? Warum ihr Portrait zerstören? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Bevor ich es nicht weiß. Das ist der Punkt. Ich weiß es nicht. Bevor ich es nicht weiß... Ich habe einen von Renrocks Bohrern in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Nodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn besser finden. Ja, das machen wir. Okay, was soll ich mal gucken? Wo was wir jetzt gefunden haben? Nodgoks Loyalität. Und die Engel zur Mine. Okay, weitere Sidebests haben wir noch nicht. Dann führen wir die Hauptquest mal weiter. Hier bringt nichts. Da ist es auch nichts. Ah, da ist ein Upgrade. Und das ist ein Weg. Oh, ja. Das ist ein cooles 아이� combined. Aber das ist ein junger. Genau. Und das ist ein Werdes. Und das ist ein Werdes. Untertitelung des ZDF, 2020